Forbes, look, Mama, I made it to Forbes! Ziemlich interessant, meiner Meinung nach und wenn es euch interessiert, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Heute stelle ich mal vor, Beyond Good and Evil, das Spiel habe ich persönlich 2005 entdeckt, das weiß ich noch, das werde ich nicht vergessen. Aber bevor ich wirklich damit anfange, wollte ich erstmal noch was anderes sagen, kurzer Personal Notice hier. Ich habe wirklich, also erstmal wirklich dickes, 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 überdickes Dankeschön Leute, ohne Scheiße, wir haben es geknackt, wir haben die 1000 Abonnenten erreicht. Das ist wirklich für mich so ein Meilenstein, kann man schon fast sagen, also ein Riesenerfolg. Deswegen wollte ich einfach mal ein dickes Dankeschön da lassen, das 1000 Abonnenten Special wird auf jeden Fall noch kommen. Ich bin noch leider nicht dazu gekommen und ist noch nicht ganz fertig. Wird auf jeden Fall noch folgen, könnt ihr euch darauf freuen, wird was Besonderes. In der Zeit versuche ich euch natürlich zu unterhalten, wie immer, mit gutem, unterhaltsamen Content. Und deswegen auch mal eine neue Serie, habe ich mir jetzt gedacht. Ich will euch gar nicht so lange jetzt hier aufhalten, wir fangen auch gleich an. Nur kurze Infos über das Spiel, worum geht es da, was ist es und wann ist es rausgekommen, für was kam es raus. Also wie gesagt, das Spiel habe ich 2005 entdeckt bei den Computerbildspielen, es war dabei, der eine oder andere wird es kennen. Das ist eine Zeitschrift, da waren ab und zu mal ein paar Spiele dabei und wurden vorgestellt. Rausgekommen ist das Spiel, also der Release war wirklich 2003. Also wirklich, könnt ihr mir glauben, 2003, das ist schon echt heftig lange her, da war ich 10 Jahre alt. Und ja, mit 12 Jahren habe ich es dann sozusagen entdeckt und mit 12 war die Story, werdet ihr dann auch sehen, schon wirklich krass und anspruchsvoll, muss man auch sagen, das Spiel. Und meiner Meinung nach ist das Spiel für 2003 High-End-Grafik, muss man auch so sagen. Natürlich für heutzutage gar nicht mehr, ja braucht man gar nicht mehr dran denken natürlich, weil die Grafik sich so hart verändert hat. Aber 2003 und das Spiel ist krank unterwegs. Worum geht es da? Es geht darum, man spielt den Hauptcharakter Jade, das ist eine Reporterin, die lebt auf einem Leuchtturm und wohnt dann noch mit dem Onkel, mit dem Page zusammen dort und hat noch ein paar Waisenkinder aufgenommen. Die wohnen halt dort und in letzter Zeit wird Hillis, Hillis ist die Stadt, beziehungsweise wird die Gegend genannt. Also Hillis wird öfters angegriffen von Aliens, den Doms, soviel ich noch weiß und werden auch immer wieder natürlich Leute von Hillis gekipptnappt. Keiner weiß, wo sie hin verschwinden und keiner weiß, was da abgeht überhaupt und jeder hat Angst natürlich. Dann gibt es noch die Alpha-Einheit. Alpha-Einheit ist sozusagen wie bei uns CSI, äh CSI sag ich schon, wie die Polizei so. Die versuchen natürlich hier nichts zu beschützen, nur kommen leider immer zu spät irgendwie, wenn die Aliens angegriffen haben. Und natürlich gibt es dann auch Leute, die dann sagen, ja was bringt es uns, wenn ihr immer zu spät kommt und so. Ist aber natürlich auch ein Streitthema, aber dazu werden wir noch später kommen, wenn wir in die Story ein bisschen tiefer reingehen natürlich. Ähm, ich denke mal das Grundwissen ist jetzt schon mal so, äh, ja übergebracht worden. Das spiele ich jetzt auf der Xbox One, es wurde gedowngradet, damals kam es raus in HD natürlich extra nochmal für die 360. Und, ähm, ja deswegen ist die Grafik auch noch ein dezentes Stückchen besser, kann man sich auf jeden Fall besser anschauen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an, äh, will euch gar nicht so lange aufhalten und, ja, gönnt euch die Story, ja. Also, meiner Meinung nach ein richtig geiles Game. Der Krieg steht nun vor den Toren von Hiliens. Dieser friedliche Bergbauplanet in System 4 wurde komplett von der Domsarmada eingekreist. General Keck, Oberbefäßhaber der Alpha-Truppen, möchte die Gelegenheit wahrnehmen, sich ein letztes Mal an die Bevölkerung zu wenden. Treue Hiliane! Der bevorstehende Kampf wird schwierig. Aber dank der Alpha-Abteilung werden sie... Untertitelung des ZDF, 2020 Sie kommen! Schnell, spring auf! Sag es, Paige! Ich kümmere mich um den Schild! Los, mach schon! Schild aktiviert. Schild deaktiviert. Auf ihrem Optima-Konto fehlen 350 Einheiten. Die Stromzufuhr wurde unterbrochen. Das kann doch nicht wahr sein! Vielen Dank, vielen Dank für Ihr Verstandes. Oh! Oh! Oh, wie die D.D. Kassst du! Geht wieder rein, euch! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Und jetzt sehen wir Paige Da ist er Der Schlawiner So, jetzt haben wir endlich unsere richtige Waffe Ja komm, schnell hin, schnell hin Ja diga, ja diga Yes So schnell, glaube ich, habe ich das noch nie geschafft, muss ich ehrlich zugeben Und da sehen wir schon zum ersten Mal eine Perle Die ist hier die Schwarzmarkteinheit sozusagen Die braucht man, um Sachen zu kaufen Vom Schwarzmarkt Werden wir aber auch gleich noch mitbekommen Damit können wir die Reparatur des Hovercrafts bezahlen Hey, Sekundo, kannst du das mal für mich scannen? Okay, Jade Hovercraft sollte bekannt sein Ist hier halt ein Boot Zum Fahren, weil Hillis halt Eine Wasserstadt ist, so Eine Perle von Aramis Bueno, Jade Aber Vorsicht Ich habe dich nach dem Kampf durchgecheckt Und bemerkt, dass etwas in dein Psychokarma eingedrungen ist Okay, da sehen wir schon unsere erste Perle Ein kleiner Erfolg, würde ich schon sagen Und da kommt jetzt eben die Alpha-Einheit, von der ich schon erzählt habe Alles klar Sie können gefahrlos nach oben Wie er läuft Hier auf Hillis hat der Krieg sein grausiges Gesicht gezeigt Viele Zivilisten fielen ihm zum Opfer Zum Glück trafen unsere Eliteeinheiten wieder einmal gerade rechtzeitig hier ein Ich berichte live aus dem Refugium am südlichen Leuchtturm Hier wurden einige der Kinder, deren Eltern gefangen genommen wurden Von zwei tapferen Hillianen in Sicherheit gebracht Ein paar Worte für unsere Zuhörer Ja, ja, ja Ihr Jungs seid nicht unbedingt die allerschnellsten Macht weiter so Und nächstes Mal ist vielleicht nichts mehr übrig, was gerettet werden kann Schnitt Hey, Opa, bleib locker Verbrennt ihr bloß nicht den Mund Okay, Jungs, das war's Packt zusammen Ja, ja, die Fernsehreporter Der Page ist immer ein bisschen skeptisch, was es angeht Wenn du nicht gewesen wärst Ich Wie gesagt, der Page ist immer ein bisschen skeptisch Weil die immer zu spät kommen Natürlich So, und da ging's wirklich auch gleich zur Sache Spiel angefangen und man musste direkt was machen Und es geht auch direkt so weiter, kann ich euch versprechen Mein Vorteil ist natürlich, ich kenn das Spiel schon Kann euch deswegen auch Sachen zeigen, die vielleicht der eine oder andere nicht weiß Paige Sie ist okay, sie wacht auf Oh, Jade So, da haben wir eben die weißen Kinder gesehen Mir geht's gut, Paige Gut Aber zum Glück konnten wir sie noch retten, natürlich Hätte auch schlimmer sein können Wir haben hier ein gefundenes Fressen für alle Vorax in der Nähe Was für ein Pessimisto Euer ergebener Dino Fecundo hat die Lösung eurer Geldproblemos gefunden Sekundo Wir sitzen hier fest Ohne Hovercraft Und ohne Schild Optima hat uns den Saft abgedreht Das Konto ist leer Einheiten? Du brauchst Einheiten? Dann komm zu Fecundo, schöne Senorita Hört zu Wie Paige schon wieder schaut Richtig skeptisch Die Senorita Direkturin vom Forschungszentrum will eine Aufstellung aller Tiere auf diesem Planeten Wie gibt ihr mucho dinero für alle Fotos mit kleinen Tieren drauf? Mira, dieses Feed zum Beispiel Mach ein Foto davon und hat da mucho Einheiten verdient Sogar dein Hund interessiert sie Mal wieder einer von deinen Superplänen? Sekundo, schätze, ich muss mal deine Schaltkreise checken Wer sollte sich jetzt für sowas interessieren? Wir stecken mitten in einem Kick Du verstehst nada, Speckschwarte Die Kontrolle über die Spezies ist mucho importante Jade, geh und hol dir deine Kamera zurück Dann werden wir sehen Auf Sekundo So kann man natürlich auch Credits verdienen, ne? Mit Fotos Ganz simpel Ich habe deine Kamera gefunden, Jade Ich lege sie hier hin Hey, Kamera Gib mir deine Kamera Nein, ich hab grad keinen Hunger Okay Kamera bereit Jetzt fliegt Okay, dann machen wir doch direkt mal das erste Foto Hallo Jade, wir benötigen eine komplette Auflistung aller hier lebenden Tiere Viel Glück Okay Also alles fotografieren, was man sieht, heißt das Umso mehr, umso besser So, dann kann man auch hier gleich noch ein Foto machen Homo sapiens Menschen Okay, Jade Ich überweise die Daenerys an diese miesen Optima-Typen So, und schon haben wir den Strom rein Dann können wir schon wieder den Strom nutzen Strom zuvor wieder hergestellt Danke, dass ich für Optima entschieden habe Ja, ja Danke Gute Arbeit, Jade Ich guck mal, ob wirklich alles wieder funktioniert Komm mal hier runter Hier ist eine Mission für dich Und da unten ist halt Unten ist halt die Werkstatt Und der Hovercraft ist da unten auch noch am Start So, da haben wir hier Starkus Wird natürlich alles gescannt und alles erklärt Starkus sind für die Herzen da Für die Lebensregeneration Stellen ein Herz wieder her Und da wir am Anfang nur zwei Herzen besitzen Die sich aber im Laufe der Zeit dann wieder vermehren Also kriegt man dann irgendwann mehr natürlich Ähm Aber, also wie gesagt Starkus sind erstmal für den Anfang wichtig Muss man ehrlich sagen Mit zwei Leben, mit zwei Herzen ist man da Kommt man da halt nicht weit, ne So ist es auch Pomposapien Schon, oder? Ja Okay So, dann gucken wir doch gleich mal nach oben hier Was ist denn hier drin? Ah, hier geht's noch weiter nach oben Da gehen wir erstmal nicht hin Hier können wir noch ein Foto machen Haben wir noch nicht Ok, ich speichere das Ok Ich werde es euch gleich nochmal zeigen Wegen dem Film Was man da machen muss So, den Hund noch Super Exemplar Bild gespeichert So, wir sehen hier unten jetzt Hinter mir ist ein Äh Ja, ein Also nicht Stativ Sondern ein Zoom Ich gehe mal auf die Seite Da ist ein Zoom Wenn der Film voll ist Kriegen wir den eben Und dann können wir auch Aus weiterer Entfernung Fotos machen Was dann später auch wirklich noch wichtig wird So, was haben wir hier noch am Start? Ah, hier ist noch ein Starkus Den nehmen wir doch gerne mit Ok, hier ist sonst nichts mehr Ein paar Fotos Ja, auch nichts Ich glaube, wir gehen nochmal schnell hoch Wir gucken mal Oben, nach oben Was da so ist Oben auf den Leuchtturm Sozusagen Genau, da läuft noch ein Tierchen rum Das können wir auch gleich fotografieren Wenn wir da drüber können Ah, hier Hier Da ist er offen Na, geh mal hier rüber So Mal gucken, ob wir den auf die Kamera kriegen Da ist er Ah, zu weit weg Mal sehen Vielleicht so Wenn er nochmal vorbeiläuft Ja, komm So weit weg Mies Ich glaube, da brauchen wir erst den Zoom dafür Wir probieren es nochmal Wenn es nicht geht Dann müssen wir erst den Zoom eben holen Müssen wir halt einfach dran denken Dass wir das noch nicht haben Ja, geht nicht Aber hier ist doch gerade noch ein Vogel Immer vorbeigeflogen Ja, den hier Hey Vogel Da Ah, mies Fliegen die über die gleiche Route? Das könnte sein, ne? Warten wir mal, dass er hier wieder vorbeifliegt Jawohl Gut erwischt Larus Albus Okay, noch drei Stück Dann kriegen wir den Zoom Schade, dass wir den da oben nicht fotografieren können Der hat uns natürlich auch gut Golf Und bestimmt auch gut Geld gegeben Weil der etwas seltener ist Zumindest habe ich das so in Erinnerung So, dann gehen wir wieder runter Und hier das, was der Hund im Maul hat Sind Carbabs Carbabs füllen das komplette Leben einmal voll Also komplett auf Die sind natürlich sehr wichtig Wenn man auch später mal wirklich viele Herzchen hat So, jetzt müssen wir den fangen Und dann kriegen wir die Carbabs Ah, da ist er schon Komm her Komm her Jawohl Easy Snack Nice Ja genau, stellt gesamte Energie wieder her Richtig in Erinnerung gehabt Dann haben wir das nächste Foto direkt Schauen, dass er nicht wegläuft Ja So, dann fehlen uns nur noch zwei Die sollten wir auf jeden Fall hinbekommen So, dann würde ich sagen Gehen wir gleich mal runter zum Page Der wollte ja was in der Werkstatt noch Mit uns machen Hat er irgendwas für uns Gucken wir doch gleich mal runter Was da so abgeht So, hier sehen wir den Hangar Hier ist unser Hovercraft Aber dazu später erstmal zum Page in die Werkstatt Ja So, hier sehen wir schon den Page Bist du's, Jade? Wir haben gerade eine M-Disc bekommen Vielleicht noch ein Job für Jade, Reporting und Company Wenn du sie direkt einlegst Könnte ich versuchen, diesen Decoder einzustellen So repariere ich meinen PC auch immer Okay, von ihm kann man glaube ich auch ein Foto direkt machen Ja, nice 600 Einheiten dafür Oh, nicht schlecht Dann werden wir echt rich durch die Fotos So, hier ist die M-Disc Vom Mr. DeCastellac Schauen wir doch gleich mal, was der von uns möchte Hallo, Miss Jade Ich bin im Auftrag von Mr. DeCastellac hier Der Krieg ist eine Katastrophe für uns alle Mr. DeCastellac möchte Ihnen einen sehr delikaten Auftrag erteilen Oh, ein delikater Auftrag Nice Sollten Sie annehmen Machen Sie sich bitte so schnell wie möglich auf den Weg zur alten Mine auf der schwarzen Insel Auf der anderen Seite der Stadt Da er sich des damit verbundenen enormen Risikos bewusst ist Wird Mr. DeCastellac Sie großzügig belohnen Bis bald Hört sich gut an, großzügige Belohnungen Können wir auch gebrauchen Also ich mein, ne Kennst du diesen DeCastellac-Typen? Wann braucht man das nicht? Geh nicht dorthin, Jade Es riecht nach einer Falle Bist du loko? Wir brauchen Dineros, um uns vor dieser stimmige Denkt schon, der Page ist immer Denkt immer negativ Immer Keine Sorge, Page Wenn du nicht willst Er zweifelt an allem Oh, nein, es ist Okay, wir gehen zusammen Aber ich bleib in deiner Nähe Ob es dir passt oder nicht Sekunde, check den Computer und zieh die Informationen runter Dann kannst du dir es ansehen, Jade Und ich werde versuchen, das verdammte Hovercraft wieder ans Laufen zu bringen Wenn ihr mich nicht hättet, würde ihr alles auseinanderfallen Ja Nice Es funktioniert Wir sind wieder mit dem Rest von El Mundo verbunden Das ist halt auch gut gemacht, finde ich schon Hier diese Fernseher sozusagen als Als holographisches Bild so Für 2003 Heftig, man Also ich war voll verblüfft, muss man ehrlich sagen So, jetzt gehen wir am Hangar Soviel ich weiß Müssen wir jetzt mit dem Hovercraft Erstmal cruisen Den reparieren Gucken wir mal Ja, genau Hier der Hovercraft ist mit dem Ausrufezeichen markiert Dann machen wir das auch So, was haben wir denn hier? Ja, genau Energie Energiekapseln sind das Energieschübe für den Hovercraft Boostkapseln, genau Die Boosten dann ganz kurz die Geschwindigkeit vom Hovercraft Und natürlich hier noch Reparatureinheiten Falls das Boot noch beschädigt wird Die Also der Hovercraft, ja So Okay, jetzt braucht der Hovercraft erstmal ein bisschen Saft Dann schieben wir das Ding erstmal hier rüber Nice Okay, dann würde ich sagen Legen wir mal los Okay, los geht's Und gehen zu Mamagos Am besten wir fahren direkt zur Mamagos-Werkstatt Wie ich's wusste Okay Mamagos, äh, für die Leute, die's nicht wissen, sind diese Werdet's gleich sehen, das sind Nilpferde Oh man Reggy-Nilpferde Und das sind eben die Schwarzhändler und reparieren die Hovercrafts Mit diesen Perlen Also man bezahlt dort mit Perlen Also die Schwarzmacht-Einheit Shit Shit Ah, verdammte Dex-Karre Und die Werkstatt ist nur 300 Meter entfernt Jetzt kommt's Ist die Hovercraft Erste Mal Platte Bei Mamagos Ist die Hovercraft Erste Mal Platte Hey Mann, wo ist das Problem? Ich fahr vor und schlepp euch zur Mamagos-Werkstatt Mamagos Das ist eigentlich mal Service, oder? Ja, so ziehen Sie die Kunden direkt ins Netz Der Mamagos Die Mamagos-Werkstatt Oder auch gesagt, die Mamagos-Werkstatt Wir sind jetzt einfach Mamagos-Werkstatt So, hier sehen wir schon Da ist ein Nilpferdchen Oder eins von denen Hi Isam, yo Jade Schön dich zu sehen Hab mir schon Sorgen gemacht Diese Doms-Meteore sind recht nah bei euch runtergekommen, oder? Ich hoffe, ihr konntet euch in Sicherheit bringen Und die ganzen Knöpfe sind sie okay Und die neue, wie macht sie sich? Es ging schon heiß her, aber am Ende Ist alles gut ausgegangen Danke Isam Übrigens, danke nochmal, dass ihr uns den Abschliffwagen geschickt habt Kein Problem, Jade Man muss doch seinen Nachbarn helfen, wenn sie in Not sind Ist hier auch eine der Meteore runtergekommen? Ach, ich mag gar nicht dran denken Fast das ganze Lager ist in Rauch aufgegangen Dieser Krieg ist eine Katastrophe Kann ich ein bisschen bei euch einkaufen? Klar kannst du, Jade, bedien dich Aber nicht vergessen Unsere Mama akzeptiert ausschließlich Perlen Das, was ich schon erwähnt habe eben So, dann können wir hier hinten shoppen gehen Hier sehen wir schon den Speedcraft-Motor Den brauchen wir jetzt dann Ey, wie der ausschaut Dann haben wir hier noch später eine Kanone Die wir für 5 Perlen kaufen können Dann für 15 Perlen ein Sprungkit Dann können wir über Sachen drüber springen Mit dem Hobocraft Für 20 Perlen kriegen wir dann den Flugstabilisator Dann können wir auch fliegen Kann ich euch so schon verraten Und für 30 Perlen dann kriegen wir den Sternenantrieb Und wofür wir den brauchen Erzähl ich euch später Ah, ich sehe gerade, hier ist noch so ein Automat Da kaufen wir mal die Carbabs gleich raus Für 300 Einheiten die Carbabs, die mitnehmen So, und ich glaube am Anfang stand auch noch ein Automat Wenn ich mich recht erinnere Ja, und da ist sogar ein Starko drin Den nehmen wir auch gleich mit Wie gesagt, am Anfang Leben Sehr wichtig, sehr wichtig Okay, neun Starkos haben wir jetzt schon Das ist natürlich ein guter Wert Halt, wir wollten den Motor kaufen Hätte ich fast vergessen So, Speedcraft Motor Gegönnt So, RT drücken, um zu beschleunigen Geht klar Mach mal Ah Wir können Habe ich total vergessen Eigentlich ein Foto von dem machen hier Kriegen wir auch Geld dafür Hätte ich fast vergessen Und der Film ist schon voll Nice Unser erster Film ist schon voll Und wir haben den Zoom Neuladen Okay Nice er, nice er Im Radio sagen sie, es würde einen neuen Angriff geben Lasst euch nicht überraschen Okay Das finde ich natürlich auch geil Von der Story immer abhängig Also je weiter du in der Story bist Das, äh Ja, also Wie soll ich das sagen Also Wenn man weiter in der Story ist Das sind auch andere Sachen Die dann die Leute immer erzählen Die im Radio kommen Die im Fernsehen kommen Also richtig interaktiv so Haben sie sich richtig was überlegt Bei dem Spiel Muss man ehrlich sagen Aber das bekommt ihr alles noch mit Wenn wir wirklich mehr rausbringen noch Und Der nächste Alien-Angriff kommt Und der ist schon heftig Herz in sich Muss ich ehrlich sagen Ihr seht schon Was da angeflogen kommt Nicht mehr normal Oh shit Aber Was wir erstmal machen davon Ist ein Foto Hey, hey Hey Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hallo Hallo Da ist er Weil das Ding Sieht man natürlich Nie wieder Und man kriegt auch 2000 Einheiten dafür Das ist ein Großer Batzen Geld Das sollte man sich Nicht entgehen lassen So Jetzt müssen wir den erstmal Angreifen hier So Gib ihm Gib ihm Ja Mann Keine Chance Keine Chance Keine Chance Ja, ja, ja Komm Jetzt haben wir ihn gleich Ja, ja, ja Ja, 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 ja Eine neue Perle Ja, ja, ja Eine neue Perle Ja, ja, ja Sah schon natürlich abgespaced aus, ne Muss man so sagen Kam ja auch Aus dem Weltall Hier sieht man schon Dom's Seeschlange Man sieht natürlich auch immer Wo man die Perlen herbekommen hat Finde ich auch ganz nice Wo Ah Aber wir haben den Zoom schon Das ist halt natürlich sehr geil Dass wir den Zoom schon haben Aus der gleichen Familie Wie die Skorpionsfische Okay Ah, endlich funktioniert der Motor Wieder super Kann wieder speeden So Und zurück im Hangar Also ich muss ehrlich sagen Leute Für den Anfang Für den Anfang vom Spiel Geht's schon richtig heftig ab Und Meine Meinung nach Ist das Spiel jetzt schon packend Weil man wirklich einfach Weiterspielen möchte So hier sieht man noch ein paar Pläne und so Dazu kommen wir aber noch später Also das hat wirklich alles was man hier im Spiel sieht hat Irgendwas damit zu tun Also Richtig ausgeklügeltes Game Und macht auch richtig Bock zum Spielen Ich hoffe natürlich auch zum Zuschauen Ja wir haben auf jeden Fall jetzt Unseren Hovercraft repariert Haben Schon richtig viel erlebt Wir haben erfahren Wer Page ist Wer Bummer Go Werkstatt und so ist Wer Jade ist Eigentlich schon gute Infos jetzt bekommen Und Ich würde sagen Wir machen einfach mal hier jetzt einen Cut Wir werden jetzt hier das Ganze beenden Ihr wisst worum es geht Ich hoffe das Spiel hat euch jetzt auch gepackt und so Und ihr wisst worum es jetzt geht in dem Spiel Wenn es euch gefallen hat Leute Gebt mir bitte mal Feedback Indem ihr einfach mal einen Daumen nach oben da lässt Wenn es euch gefallen hat Und einen Kommentar mit Ja ich würde gerne zum Beispiel auch mehr davon sehen Dann können wir da eine kleine Serie draus machen Ihr könnt aber auch natürlich Wenn es euch nicht gefallen hat Den Daumen nach unten geben Und auch einen Kommentar dann bitte reinschreiben Und sagen Nein das Spiel hat mir jetzt nicht so gefallen Ich würde lieber zum Beispiel das und das sehen Ihr dürft gerne mir auch was vorschlagen Weil vielleicht kenne ich das eine oder andere Spiel auch Habe es auch früher gespielt Aber weiß es nicht mehr Und deswegen Ja schlagt mir gerne was vor Wenn es euch nicht so gefallen hat Auch wenn es euch gefallen hat Könnt ihr gerne auch was vorschlagen Natürlich Lasst mir einfach einen Kommentar da Würde mich freuen Und Wenn genügend Daumen nach oben da sind Und genügend Kommentare Dann werden wir vielleicht auch Wie gesagt eine kleine Serie draus machen Die Folge 2 werde ich auf jeden Fall auch noch rausbringen Für die einen oder anderen Die sich jetzt noch nicht entscheiden können dafür Also daran soll es nicht scheitern Mich hat es gefreut Die neue Serie hier mal so zu starten auf YouTube Ich hoffe euch hat das Spiel jetzt gefallen Und nochmal ein dickes Dankeschön Für die tausend Abonnenten Ja Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag Und Wir sehen uns Bei der nächsten Folge Oder beim nächsten Video besser gesagt Haut rein